Meine Damen und Herren, Herzlich Willkommen zur Auslösung des Rottenschlöger der Jungs-Evente. Die Auslösung nimmt vor die arbeitslose Dreisatz-Schauspielerin Stephanie Braum, notariell bemutachtet und beglaubigt vom Deutschpoeten Christian Harten, Musikalische Leitung, Matthäus Stach. Das ist Schmott, wie wir ihn lieben, Rock, Zocker sieben. Das ist Schmott, wie wir ihn lieben, Rock, Zocker sieben. Zehn Bands werden nun in zwei Fünfergruppen eingeteilt. Und zwar lost Stephanie als erstes Startplatz 1 in Gruppe A, dann Startplatz 1 in Gruppe B, dann Startplatz 2 in Gruppe A, Startplatz 2 in Gruppe B und so weiter. Bitte Stephanie. Columbus Kill als Titelverteidiger im Eröffnungsspiel. Und Startplatz 1 in Gruppe B, The Folks. Gegner von Columbus Kill im Eröffnungsspiel. Startplatz 2 in Gruppe A, Alex Mofa Gang. Ja! 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 Startplatz 2 in Gruppe B, Captain Delta. Ja! 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 Joffерм & patter bei der Unterst derput deinerın Neu! Standplatz 3 in Gruppe B, Frau Mansmann! Ja! 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 Startplatz 4 in Gruppe A, The Love Below, Konsinn, Lino Monika! Startplatz 5 in Gruppe B, Meine! Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, wir sehen uns am Sonntag in der Soccer World! Das ist Sport, wie wir ihn lieben, Soccer 7! Das ist Sport, wie wir ihn lieben, Soccer 7! Das ist Sport, wie wir ihn lieben, Soccer 7! Das ist Sport, wie wir ihn lieben, Soccer 7! Das ist Sport, wie wir ihn lieben, Soccer 7! Das ist Sport, wie wir ihn lieben, Soccer 7!